Die Lippenfältchen, das kann schon mal sehr störend sein für den einen oder anderen. Die Behandlung geht relativ schnell. Man muss da eigentlich, wenn man die richtige Konzentration durchführt, hier auch innerhalb von wenigen Minuten die Behandlung hier beenden können. Das Ergebnis wird man nach 10 bis 14 Tagen sehen und dann kann man wieder schön lächeln, ohne die Fältchen vorliegen zu haben.